Hä? Komm ich da nicht hoch? Scheinbar nicht. Hä? Muss ich da jetzt wieder zurück? Nee. Wer ist... Hä? Okay. Schauen wir mal, wo wir lang müssen. Wir finden das schon. Also ich kann mich... Aha. Hö. Das bringt aber nicht allzu viel. Kopfschmerzen, 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 Kopfschmerzen. Komisch. Tür auf? Nein. Der muss doch da hochspringen können. Das kann ja nicht so schwierig sein. Hä? Da oben geht es doch hoch. Das muss doch da hoch... Hä? Schauen wir das mal da drüben nach. Vielleicht... Ah, vielleicht brauche ich die Energieziffer für den Arm, weil ich den Arm wieder umlegen muss. Nee, die ist ja noch drinnen. Probieren wir es mal aus. Nee, komme ich ja auch nicht weiter. Das geht ja auch nicht. Ähm, ja. Oh, das muss doch mal so. Ähm... Nee. Geht auch nicht. Ach, scheiße. Ich fällst das. Ach, wirken das weh. Ist das ein verstecktes... Komm, geh hoch. So, komm ich jetzt da hoch. Scheiße. Das muss doch... Hä? Das könnte klappen. Das ist bestimmt zwar nicht richtig, aber ich bewirsche es trotzdem. Fuck you, sing. Nee, das geht so nicht schon mal nicht. Ich glaube auch nicht, dass das gedacht ist, dass es so funktioniert, sonst könnte ich mal die Energiezelle sparen. Ähm... Da muss es da oben irgendwo... Ach, scheiße. Nein. Ja, genau. Die Taste. Da muss es da oben irgendwo... muss es da... eine Möglichkeit geben, da hinzukommen, weil es anders kann ich mir das jetzt... Wäre das ein bisschen sinnlos. Wie zum Beispiel hier dann. Ohne Wolle. So. Und rein mit dir. Wie schön, dass wir uns da alle so schöne Arme hingelegt haben. Ähm. Und. Nein. Hä? Da drüben. Hä? Super, jetzt kommen wir von der eine Seite auf die andere Seite, oder was? Hä? Okay, ähm. Wie komme ich jetzt dann hier weiter? So, schon mal nicht. Hä? Oh. Kann ich... Wenn ich den Arme jetzt umlege... Ja, ach nee. Mach kein War. Schau, ob das jetzt was bringt. Du, 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 du. Jetzt lauf halt richtig. Was ist denn los mit dem jetzt? Hä? Was hat denn der jetzt für ein Problem? Hallo? Gerade was stimmt, was mit meiner Tastatur nicht. Ich lauf die ganze Zeit nach rechts. Oh, jetzt hat er es wieder. Ha! Was waren die von mir? Da sind schon wieder irgendwelche. Du musst halt Leertaste... Ja, was hat er? Ah, da unten. Vielleicht ein bisschen warten soll, bevor ich das Monument und einsetze. Aber egal. Was soll denn der... Nee! Ah, Gott, bin ich blöd. Ja, ja. Es war so gut gelaufen. Also haben wir mal noch schnell hier die Coins ein, weil die brauchen wir ja. Und... schon wieder. Das kann doch gar nicht sein. Oh Mann, ey. Muss man von oben schießen. Dann schießen wir von oben runter. Tja, dann halt. Dann machen wir es halt anders. Und bitte einmal nachladen. Und jetzt bleibt man hier oben einfach stehen. Wo ist er? 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 Büt, 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 büt. Hehe. Sehr schön. Kommt die anderen auch noch? Nein. Kommt nicht. So, Jungs. So, schon wird das Ganze viel, viel einfacher. So, die haben wir voll. Die haben wir auch voll. Die andere hat nur noch 55. Dann sollten wir mal die Waffe wechseln. Oh, da ist was. Ach, scheiße. So, bin ich jetzt wieder da unten. Tago. Da ist doch Maschinenpistole irgendwo gewesen. Da war sie. Okay. Haben wir noch eine irgendwo rumliegen? Hier schon habe ich noch nicht erworben. Wie komme ich jetzt dann da wieder hoch? Gibt es jetzt da einen Aufzug oder was? Cable. Ach, da drüben ist er ja. Nein, look. Ja, ja. Immer mit dem Stress. Ähm, da nehme ich mal mit. So. Tuck, tuck, tuck. Und das hier auch. Ah, jetzt geht es auch weiter. Irgendwie hängt heute. Ich weiß nicht, lag das bei euch auch ab und zu mal. Ich glaube, ich muss da mal gucken, was da irgendwas nicht stimmt. Ich nehme jetzt erst, naja, schau mal. Oh. Wo ist denn derjenige, der die beschützt? Hä? Ist das... Ich finde... Hä? Da ist er. So sind die alle geschützt. Würdest du mich verarschen? Wie soll denn das gehen, wenn da zwei... Hä? Hä? Gut, der ist gerade ohne Schutz. Den müssen wir uns mal ausmelden. Oh, fuck. Wollen wir ein bisschen kiten. Das ist unfair. Mit zwei, die sich gegenseitig schützen, ist gemein. Kurz aufladen. Oh, sehr schön. Zweimal ein Nachschlag, nur 99. Ist das dann der DLC, oder? Bastard. Irgendwas stimmt da gerade nicht. Ich habe immer wieder Hänger zwischendurch. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. So, der erste Schutz ist raus. So, wir bauen mal kurz... Die nehmen wir mit. Ähm, kurz aufladen ein bisschen. Was sollen wir... Hä? Ich habe doch vorhin schon einen von diesen Schutzdingern da zerstört. Wieso ist da nochmal einer? Ich könnte einen Moment noch mal... Uh, gar nicht gut. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Aber wenn die sich gegenseitig schützen, ist das total scheiße. Oh, ich hätte vielleicht erst mal laden sollen, bevor ich hier drauflaufe. Was, Taco mit Zämpf? Ne, danke. So ein neues Messer wäre vielleicht auch mal ganz gut. Arschloch. So. 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 dir denn gar nichts so gut ich bin mal kurz gut zum töten aber nicht für hohe kombus